Alter Panzer in neuen Gewand. Hallo liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks. Im Rahmen der Tankfest-Aktivitäten in World of Tanks bietet Wargaming auch zwei neue 3D-Stile an. Einerseits hier für den Tiger 1 der Kampfgruppe Sandsturm 3D-Stil. Andererseits auch für den Panther 212 heißt dieser 3D-Stil. Den stelle ich in einem zweiten Video vor, das findet ihr rechts oben in der Infokarte. Insgesamt sind beide 3D-Stile sehr, sehr schick. Wargaming hat die DNCCs vorab auf die Presse-Accounts zur Verfügung gestellt. Ich kann euch leider nichts über die Kosten dieser 3D-Stile sagen. Die Information ist aber, dass sie wohl regulär verkauft werden sollen ab dem 16. Juni bis wohl zum 23. Juni. Parallel dazu gibt es auch Herausforderungen von Wargaming für World of Tanks, die vom 16. bis zum 24. Juni laufen, für den Tiger 1 und für den Panther. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, schaut gerne in die Videobeschreibung. Dort verlinke ich euch den Artikel mit dem Road-to-Tankfest-Artikel, wo ihr alle Informationen findet. Hier soll es ein bisschen um den Tiger gehen, der ja ein Urgestein im Spiel ist. Wir wollen ihn nochmal kurz ein bisschen beleuchten, ob er immer noch ein sehr gutes Fahrzeug ist, was er denn ganz gut kann und was er vielleicht nicht so gut kann. Das gleiche machen wir oder mache ich auch in dem Video, wo es dann um den 3D-Stil für den Panther geht, beziehungsweise wo wir uns um den Panther dann beschäftigen. Der Tiger, Tag-Tree-Fahrzeug auf Tier 7 bei den Deutschen, das ist klar. Der seit vielen Jahren, nachdem er den ersten Buff damals erfahren hat, ich weiß gar nicht wie viele Jahre das her ist, eigentlich eine Koryphäe und immer eine Empfehlung für Spieler in World of Tanks ist. Das Schöne ist, es ist ein Tag-Tree-Fahrzeug, man muss kein Geld ausgeben, um sich ihn zu erspielen. Das ist bis Tier 7 auch wirklich entspannt möglich. Er hat dann vor, haut mich nicht, nagelt mich nicht fest, vor zwei Jahren ungefähr nochmal einen Buff bekommen, beziehungsweise eigentlich eher eine Veränderung, was den Alpha der Kanone angeht und damit ist er weiterhin konkurrenzfähig, beziehungsweise wurde dahingehend angepasst. Er hat einen Alpha jetzt von 280, damit gehört er natürlich auch auf Tier 7 nicht zu den schweren Panzern mit dem höchsten Alpha, das ist klar. Aber er gehört zu den schweren Panzern mit der präzisesten Kanone, mit einem sehr guten Gun-Handling. Auf lange Distanz, ja, muss man ein bisschen einziehen lassen, aber trotzdem insgesamt die Einzielzeit im Heavy-Bereich auf Tier 7 recht gut. Wie gesagt, die Durchschlagswerte auch und mit der Nachladezeit kommt er auch auf eine sehr, sehr gute DPM. Er ist vielleicht nicht unbedingt der Brawler im Spiel, das liegt halt primär auch an dem Alpha der Kanone und dann in Kombination auch mit der nicht mega krassen Panzerung für den Heavy. Aber wenn er den Support, die Supportrolle im Heavy-Bereich ausüben kann, die präzise Kanone auch auf mittlere Distanz durchaus zum Arbeiten bringen kann und dann mit diesen 7,8 Sekunden Stock-Reload arbeiten kann, dann kann man dem Gegner schon ziemlich, ziemlich nerven. Auch von der Mobilität vielleicht nicht die allerbesten Drehfreudigkeiten, aber insgesamt liegt er hier eigentlich in einem ganz guten Mittelfeld. Auch was den Topsuite angeht, muss er sich eigentlich im Heavy-Bereich auf Tier 7 überhaupt nicht verstecken. Das einzige, wo er vielleicht ein bisschen hinten dran hängt, ist das Leistungsgewicht mit 12,85 PS pro Tonne. Er hat halt diese typische deutsche Kastenform, was die Panzerung angeht. 100 Millimeter an der Front, 80 Millimeter an der Seite um am Heck. Das hat der Premium-Tiger auf Tier 6 auch, aber der wird einfach so sehr gebalanced durch diese L56 8-8er und der hier, der Standard-Tag-Tree-Tiger 1, hat halt eine andere Kanone. Es ist glaube ich, es ist auch noch eine 8-8er, aber das ist dann die lange 8-8er und die ist deutlich zuverlässiger auch, was die Durchschlagswerte wie gesagt und die Genauigkeit angeht. Und mit diesem Panzer kann man halt wunderbar, auch mit dem 6er Premium, dieses Sidescrapen lernen, das Winkeln der Panzerung lernt man hier mit diesem Fahrzeug sehr, sehr gut. Wenn man sich da auseinandersetzt, dann hat man auf jeden Fall sehr schöne Gefechte. Und auf meinem Account ist es auch eines der Fahrzeuge, wo ich als erstes eine dritte Gunmark drauf gespielt habe. Ich kann dem Tiger im Heavy-Bereich auf Tier 7 einfach nur empfehlen. Die Konkurrenz der T29, der rein von der Art und Weise ja völlig anders zu spielen ist, wie der Tiger 1, ist auch sehr gut, ist aber, wir wissen es ja, ein bisschen genervt wurden, was die Kanone und da vor allen Dingen die DPM angeht. Da bin ich mir nicht mehr ganz so sicher, wie gut der T29 da immer noch ist, aber der Tiger 1, bitte Wargaming, lasst ihn einfach so, wie er ist. Er ist gut, er ist stark, er ist aber nicht OP, er hat einfach seine Vorzüge und auch seine Schwächen. Und wenn man sich ein bisschen mit ihm auseinandersetzt, dann ist das wirklich ein Tech-Tree-Fahrzeug, welches meiner Meinung nach in jede Garage gehört. Hier nun mit dem 3D-Stil nochmal so ein kleines i-Tüpfelchen für die Liebhaber des Tiger 1. Wenn man ein bisschen Geld ausgeben möchte, gerade optische Sachen für Echtgeld sind eigentlich das, wo man das Spiel monetarisieren sollte und nicht irgendwelche OP-Fahrzeuge, dann kann ich euch diesen 3D-Stil hier mit für dieses Fahrzeug nur ans Herz legen. Und natürlich war das hier eine Top-Tier-Runde und ja, da kann man mit einem Tiger, aber auch mit anderen Fahrzeugen natürlich deutlich besser agieren und erfolgreicher spielen, als wenn man vielleicht gegen Tier 9er antreten muss. Das ist klar, da müssen wir auch nicht groß drum herum reden. Am Ende ist das hier eine erste Klasse mit einem Großkaliber, 3470 Schadenspunkte, 3 Kills, 1131 Basiserfahrungspunkte. Liegt primär daran, dass wir wohl Top-Tier waren und eben entsprechend auf den gemachten Schaden auch teilweise XP-Mali bekommen, weil wir halt nur gegen 6er kämpfen, gegen 6er kämpfen, gegen 6er kämpfen. Teilweise gegen 7er, aber halt das ist der Grund, warum das hier nur so wenig XP sind. So viel gesnipert haben wir gar nicht. Es war hier und da eine APCR dabei, braucht man aber eigentlich auf dem Tiger nicht so unbedingt, weil ja die Standard-Durchschlagsleistung schon recht gut ist und die Kanone von ihrer Präzision auch durchaus es hergibt, Weak-Spots anzuvisieren, wenn sie denn vorhanden sind. Trotzdem mit dem Boni hier 80.000 Credits aus der Runde raus. Ohne die Boni wäre es ein kleines Minus gewesen und 1697 Erfahrungspunkte. Hier ist der Artikel, in dem ihr alle Informationen um die Aktivitäten zum oder beim Tankfest findet. Twitch-Trops-Marken, Aufträge, alles mögliche, was Wargaming in dieser Zeit anbietet, Angebote und wie gesagt, hier unten findet man dann auch die Infos zu den 3D-Stilen, zu den Herausforderungen für den Tiger 1, für den Panther und auch für den Rabatt für deutsche Fahrzeuge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ihm wie immer gerne einen Daumen nach oben da, teilt es gerne weiter. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer, namenlich genannt GameOne-Fan, Kulde, Gurwin, Kirtano, Karbein, Baron, Heimdall und Rohrblitz und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao, euer Oher. ENDE